Wir haben nicht ein guter Wahl von dir, Italien zu spielen! Herzlich willkommen meine Freunde von Fünftspielen! Mein Name ist Tim! Mein Name ist Johannes und ich hab fast gespuckt, weil ich so schlecht rede! Ja weil wir so schlecht reden und da gibt es ein Exhibition Matching! Exhibition! Exhibition, wir haben alle Kungs genau! Exhibition, ne? Wir haben gerade schon mal gespielt aber da war die Frame gerade so bescheuert! Ja die war richtig abnormal! Und diesmal bin ich Deutschland sondern Italien! Es ist eine gute Wahl von dir, finde ich Italien zu spielen! Italien Se bastas una bella canzone Si Ich hab's sogar in der Uni gelernt Stranzate la mozzarella Was hast du nicht gelernt? Glopo per apunti Zum Beispiel das hab ich nicht gelernt Ok, jetzt warte, aber sollen wir mal kurz in die Controls gucken? Ich fänd's schon irgendwie ganz cool Darfst du? Ja, es wär nett so zu wissen Ich kann's gern wissen, was ich nenne Ah, tja, das waren dann die Controls Das sind schöne Control setups Also, du störst das Spiel mit dem Controller Das ist eigentlich alles, was man wissen muss Das find ich aber, ist gewagt Ist gewagt, ja Team Coverage Ich spiel vielfältig mit Tastatur Fouls off Game Tag Geil, Action Offside Offside ist aus Oh, machen wir Oh, man kann die Torhüter auf manuell stellen Oh Gott, das ist eine scheiß Idee Das müssen wir ganz kurz verpassen Dann schießen wir dann auch mal ein Tor Oh, was machst du? Muss die Options-Taste drücken Auf Okay Turn again Los geht's Ja, jetzt läuft's auch, ne? Oh, wunderschön Ich weiß nicht, wie man passt Also, mit A wechseln wir die Männer Nicht damit Und das ist eine Grätsche Fouls sind ja aus Willst du der Witz? Aha Oh, oh, oh Da kommt der Pass Schuss Oh, oh, oh Ich bin weggezogen Guck mal, wie er sich freut War nur Tennis Italia Uno, Germania Zero Oh, no Gooo Gooo Goal, 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 goal Gianluigi. Andrea Pirlo. Oh Gott. Was ist denn Schießen zur Hölle? Ich glaube Viereck ist Schießen. Keißes Schießen. Oh, oh, oh. Das ist besser als mein heutiges. Oh, was geht da? Oh Gott. Flanke, Schuss. Oh nein. Deutschland kontrolliert nach hinten raus. Das ist das beste Spiel, das ich je geschiebt habe. Absolut. Ich kann halt keinen hohen Pass im Lauf hier machen. Das Logo von EA Sports, wo das A noch aussieht wie ein M. Yes. In a game, ey. Absolut. Oh, ich teile ihn wieder ganz stark nach vorne. Kommt der Pass nach außen. Immer noch am Ball. Pass doch. Was mach ich denn? Er läuft diagonal aufs Tor zu. Hat immer noch den Ball. Der macht den Robben. Guck mal hier, die richten mich nicht schneller. Oh, ich weiß übrigens was Rennen ist. Guck mal, wie die rennen können. Wie machen wir Rennen? Äh, Y. Ah, Y. Y, du meinst am Dreieck. Scheiße. Oh, Alter. Der Schleswig ist geil. Ja, ich hab selber einen. Oh Gott, das tut mir. Oh, mit der Hacke. Er wird dann zurückgespielt. Die Italiener haben auch ein bisschen Technik. Das stimmt überhaupt nicht, dass man am Dreieck sprintet. Vielleicht hast du verschiedene Controls. Der macht einen Pass in den Lauf oder so. Ach sie, ja. Ist doch richtig so. Zwei Minuten erst spielen wir erst. Ist es die Halbzeit länger auf 90 Minuten eingestellt oder so? Nein. Also heute ein extra langes Let's Play. Ja, heute auch. Das war der Zidane-Gedächtnis-Header. Ja. Aber, aber mit Death Punch Garantie. Das lässt mich fest. Das passt doch. Das ist geil. Er passt wieder nicht. Ja, nix besseres. Die Leiste wird aufgemacht. Und? Oh! Herr Unruf. Aber macht er den Götz? Das geht jetzt faul gesehen. Ey, ist ein herrliches Faul gewesen, ey. Geiles Ding, ey. Alter, was macht der? Zack. Zack. Ey, wie machst du denn? Tja. Oh, ist das die Blutgrätschentaste früher? Die gab's ja früher bei FIFA. Das ist ja gut. Die Blutgrätschentaste. Wie kann ich denn passen? Wie kann ich denn passen? Mit X. Vielleicht mit R2. Oh, Schuss direkt in die Arme von... Bitte. Punkt. Boom. Ah, shit. Ey, boomst der Löscher. Alter, hör auf. Okay, ich hör auf. Wie geht das überhaupt? Ich drück auf Dreieck. Ich kann dafür nicht passen. Ja, da hast du was gebraucht. Oh, ist das gut. Oh, geil. Ja. Ich weiß jetzt, wie immer die Männer wechseln. Ey, das ist doch richtig fies. Es sind einfach schöne Fouls hier. Oh, Massaker einfach. Los. Okay, ich hätte sagen, wir verbieten die Taste nach deinem Foul. Ja, sie lachen mal. Jetzt mal nach Verletz. Komm her, komm her. Was? Also, wir müssen jetzt irgendwann abbrechen. Vielleicht ist es nicht auf 90 ausgelegt, sondern irgendwie auf... Ah, 5 Minuten spielen. Genau, ja. Ja. Das ist nicht echt. Ja. Vor allem, die fliegen halt auf 80 Meter weit weg. Ja, wir haben halt gut. Es ist zwei Kampf auf die Ere. Aber was man sagen muss, die Zuschauer... die Grafik der Zuschauer hat sich nicht beendet. Ist genau gleich, ey. Doch, also beim PS4 und so. Da ist ja jetzt auch mal animiertes Publikum. Oh, jetzt geht es. Das ist aber... Du, was denkst du? Oh, End of Warf beim Angriff von Deutschland. Daran hat sich auch nichts geändert. FIFA 14 ist das genauso. Ja, das ist so schlimm. Ah, FIFA 14. Ich freu mich drauf. Die Leute kriegen wahrscheinlich Kopfweh, wenn sie uns heute zuhören, weil wir übereinander reden und so die ganze Zeit. Weißt du was? Echt? Ja, was? Hmm. Ah, 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 oah. Uel, ah, 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 ah 동quot's. So, jetzt werde ich ...? Wir können, wir könnten Fouts anmachen. Dann unterbinden wir das quasi da. Ja, aber dieDF oder Differenz setting die Tat befunden. Hahaha, nach diesem Fout. Das Erste, was ich mache, ist das drücken. Es ist nicht mal nötig, das zu drücken. Und ich pass' Ja einfach jetzt aus. Ich muss sagen, das haben wir mit dem Einwurf so cool gemacht. Ja und mit der Ecke, dass ist schon auch realistisch, ja? Alter! aber ich dachte bis dahin nicht mehr hey dann tollt das andere er spielt deutschland als er als erster kürzend wie die Köpke über das ist es so geht an der jahre entdeckte du hast er hätte ich bin da und ich war die animation ist auch gar nicht um es so wie er kann es machen das trifft auch immer Guck mal, ich bin hinter ihm drückt, das ist aber weg. Ja, aber ich bin Street Fighter, alles. Oh, geil. So, Achtung, wir werden jetzt was ändern hier in diesem Spiel. Das ist ja jetzt Street Fighter. Jetzt kommt die Verzweiflungstaten. Die Street Fighter kommt nie weiter. Wie sieht man da rot? Probier das mal aus. Ne, wirst du gleich feststellen, wenn du's drückst. Probier's doch aus. Hey, Dreck. Uh, wie kann ich mich, kann ich mich zügeln? Oh, falsches Spiel. Ja, danke. Alle tanzen in den Robo Bay. Oh, shit, ich hab's fast gedrückt. Oh, Gott. Von hinten rein in den Kollegen. Kollege Sunshine. Kollegah. Kollegah. Hey. Boah, das kannst du machen. Ja, absolut. Absolut. Ja, jetzt sind wir heute wieder nur Träger. Träger, Portnets. Portnets. Ja. Robo Bay. Zack. Hey, dein Torwart ist halt auch das absolute Ziel. Mannschaft im Korb. Übermitteln So, weiter gehts. Ey, die passen nicht einfach. Du musst, die passen nicht. Nee, sie passen einfach nicht. Doppel für normalen Pass doppel. Ja, ich glaub, man drückt einmal, quasi. Ach, für die Leiste und dann drückt mal. das ist ja ein interessantes Film. Ja, ja, super. Schöner Abwurf auch. Oh nein, ich hab die Tasse gedrückt. Da passiert ja gar nichts. Aber es sind keine Karten. Habt ihr die Karten ausgestellt? Ah, nee, nee. Cards off, aber Fouls on. Alter, hast du ja, nee. Tja, ist mir egal. Ich bin dangerous. Ich bin ein Gangster. Boah, pass ihn, lauf! Okay, jetzt lauf. Oh, ho, pass ihn, lauf. Das ist immer so. Jetzt sehen wir, oh, okay. Ja, okay. Paolo Baldino. Ah, wer kennt die nicht? Weil, bist du ja nicht mal verletzt? Ja, wir gibt es jetzt einen Tor. Das sind... Oh, knappes Ding. Oh, okay, okay, ich darf die Tasse. Oh, schau, um war die Auflade, der Aufladeball. Das ist ein spannendes Spiel. Ja, das ist echt super. Absolut. Die Teile sind immer noch mit 1 zu 0. Oh, oh Gott. Oh, scheiße. Ja, das hast du gefoult. Oh, nee, freistoss. Außerhalb. Oh, du abgefälschtes Ding, ey. Das ist doch sick. Das ist auch ein schöner Schuss. Fast schon ein Sock. Sick of it all, ey. Puddle auf, Mann. Ja. Ja, Limbiscuit. Limbiscuit. Oh, yeah. Hotdog saved with water. Oh, yeah. You know what time it is. You know what time it is. Keep on rolling, baby. Oh, yeah. Heule. Der geht über außen, der geht über außen. Patschakuteck. Puddle auf Matt, Alter. Geil, ne? Blurry war ein geiles Schuss. Wow, was soll das denn? Ach, flacher Schuss ist auf Dreieck. Ja, hab ich doch ganz ehrlich gesagt. Ich dachte, Dreieck wäre Blutgrätsche. Ja, wenn du den Ball hast, dann machst du halt keine Blutgrätsche. Oder Attack of Death. Ja. Ich hab doch gar nichts gedrückt. Ja, doch, Foul. Belsotta. Caprese. Da warst du noch dran. Ja, was ist das? Ja, die waren schon Zeitspiel, die Italiener. Merkst du? Ja. Wenn sie was können, dann ist das Zeitspiel. Weitester Einwurf in der Geschichte. Der Mensch, Alter. Der Einwurf in der Peile. Ja, passt. Heidegard, Heidegard. Heidegard, wer ist das denn? Heidegard. Hab ich schon mal bei den Power Rangers Sachen verstanden. Oh, was? Der hat den ja voll im Power Rangers gegeben, ne? Oh, jetzt gibt's ein Tor. Oh, der hat noch seinen Kopf, war ein Geil. Die haben halt... Was haben wir gesehen? Was kostet nur 10 Euro? Welche Blu-ray? Die Blu-ray, komplette Edition, also komplette Staffel von Brave Star. Ja, Marshall Brave Star. Marshall Brave Star. 70 Folgen oder so. Und zwar mit Doppel-R. Kenn ich nicht. Das ist der. Brave Star, das ist das geiler. Da war ich noch nicht auf der Erde. Da war ich noch nicht geboren. Ich hab mir übrigens die komplette DVD-Collection von den Kickers gekauft. Oh ja, das war ja. Full-Time. Heißt das, dass ich gewonnen hab? Oh, Italia gewinnt 1 zu 0. Na zero. In echt nicht schön, aber hier sehr schön. Es war mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Ja, auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was. Ade. Ciao. Oh, hier noch die Statistik. Ciao. Buonanotte. Ciao. Score. Shots on goal. 10 Italien. 0 Deutschland. Bye. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook. Sagen. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.